Wie viele Abos hast du? Ich hab mein Wege getan Kallos... Kallos 5 Abos Du hast 5 Abos Bei mir bist du noch nicht live Geh mir noch nicht Was machen wir jetzt? Jetzt bist du live Kallisch guck dir zu Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Lass uns mal meine Scheiß-Soudos Ich hab's noch nicht aufbauen Ich hab's noch nicht aufbauen Das ist dein Scherz Hats aus Ich hab's noch nicht aufbauen Hab die Mp 1-1-1 on me! Die shoot auf mich Ich brauche Hilfe, ich brauche kompletnie Hilfe. Ich brauche Hilfe, bitte! Dead. Shit, so du Brass. Ja, ich habe schon zwei Kills. Geht. Ich habe ihn einmal gedreht, für 30. Was, blue-white? Ich habe ihn gefickt. Sehr gut. Also ich habe ihn outmoved. Sehr gut. Wuhuuu! Hi! Ich werde angeflogen. Sehr gut. Ein wildes Zoom kommt angeflogen. Schön. Damit was denn sonst? Ich bin auf dem Play. Noch ein bisschen. Ich bin auf dem Play. Noch ein bisschen. Wunder gefallen. So. Der ist komplett low. Der 2B ist komplett low. Nein! Crack! Der ist auch one. Ich habe ihn gecrackt. Der ist one. Der ist one-shot. Wurstel-Skan. 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 Was sind denn? Bist! Bist! CARL! WTF? CARL! Bist du wahnsinnig? CARL! Nein, CARL! CARL, CARL, CARL! Ich brauche! Ich habe keine Metz! Ich verstecke mich! Ich verstecke mich! Dann kriege ich meinen Kill nicht! Oh! Was hast du getan? Wir haben verloren! Warum hast du die gerne rebooted CARL? Die kamst du total Junge! Das war ja... Ich hatte auch keine Metz! CARL, dein Stream hat 3 Likes! Ich war einer! Ich bin auch einer! CARL, die Qualität von deinem Stream ist doch geworden! Du musst sie wieder höher stellen! Nichts! Du musst sie bisschen höher stellen! Du musst sie höher stellen! Du musst sie höher stellen! Das ist keine Stufe die Höhe! Das ist keine Stufe die Höhe! Oh! Oh! Ich bin dir... ... ne mit deinem anderen, deinem anderen wird dir sehr gut! Karl, bereit oder? Ich? Ich hab jetzt Was? Oh 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 I will let you go Soll ich sagen, warum du so krass Qualität hast? Weil du die neuen hast Ich bin mit der Ich bin mit der Ich bin mit der Ich bin mit der Jetzt hat er nur noch 2 Likes Ich dislike jetzt Jetzt hat er nur noch 1 Like Karl Ich Ich like wieder Hopp Oh 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 Hmm L Colonel war die Strecke die Höhen Karel ist als Team so wie sie sie ist jedes Mal das gleiche Partei muss kommunizieren und sie abonnieren macht alle gleich nicht kann das ich kalt kann das man kann aber nach kann machen kann aber das ist das schon gar nicht übelst das ist ein Klammer so ein paar Mal das ist so was Prozent Dann sieht das gut aus. Besser. Hab ich alles schon durchgeguckt, Karl? Ja, hab ich. Ja, ich hab's geguckt, Karl. Ja. Ich weiß, ich weiß noch, am Anfang bist du Katty gelandet und der eine hat sich der Hauptsache genommen, ob sie trotzdem getötet ist. Das war der Sirenen-Skin. Der eine hat dich eingeboxt. Er hat dich komplett boxt und konntet in deine Dingsmuskel. Doch. Ich hab Gottloot. Du musst jetzt. Ich brauche unbedingt den Launcher. Ich bin der Beste mit dem Ding. Karl, ich brauche mit dem Ding. Nein, Karl, bitte. Ich bin der Beste. Stopp. K- ich hab's nicht, bevor ich sie rauf nehmen. Damit... Ey, Jungs. Wo ist denn der andere Punkt? Leute, jetzt hier kommen wir schnell Tresor. Ich muss nicht beziehen. Hat er nicht gerade Chucks gehabt? Ich habe auch Chucks. Hat er Pannhuhn? Ich habe einen Zweischuss. Lass uns Tresor machen. Komm. Rein, 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 rein. Ihr habt auch zu. Service Service. Na klar, Junge. Justus, bitte. Was denn? Ich habe mich zumindest abgezogen. Das war K, Junge. Du hast zu lügen, du hast. Kleine Huren. Ey, Justus, bitte. Das ist scheiße. Ey, Jungs. Er hat mir meinen Ska und meinen Sniper geklaut. Ich hab dich so weggeklickt. Ah, hier, der Ska. Ich spüre nicht. Lass mich ruhig alleine. Alles gut. Ich kämpfe. Ich bin einfach ein Scherbetür. Hast du was? Ab ein... Was? Er hat ein Erd, er hat denn? Er hat ein Erd. Er ist gut. Wann place das Pacing? So dumm Kerl. Ja. Er hat echten Schmerzen. Ich glaube es schon. Ah. 30 Point! 30 Point! So noch. Aber ein... 81 Point! Jetzt! Nein! Nein! Nehmen wir eine... Karte. Karte, hallo. Danke. Sie ist ein Tresor. Nur so, ne? 17 Sekunden. Nein, bitte! Warte! Kann ich meinen Loot gleich wieder haben, wenn ihr mich verwalten könnt? Ey, Karl, hast du Rockets? Das wär... Hast du Rockets, Karl? Viel Spaß! Mein Loot haben die genommen! Also, ich bin 100% sicher, dass sie das genommen haben, alles. Ja, brauche ich, brauche. Nein, warte, lass... Warte, 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 Tim! Ich muss eh bisschen Loot um. Ich hab ne graue Erdung mit mir ne Pump. Nee. Was hast du gemacht? Du hast komplett lieber auf, scheiße, was? Danke! Alles gut. Alles gut, hast du noch gemacht? Ja, alles. Gute Warte. Ticke, ich hab' eingeholt. Aber halt einfach. Ich will, ich will, wenn du es zu einer Tag haben. Die Tag war irgendwo hier, glaubst. Hatte dich im Verrück. So, er hat schon ganz kurz, ich muss ganz... Nein, nein. Warte kurz, warte kurz. Ich gucke, was ist, was sie noch... Hier ist noch das hier und hier ist ein Verrücker. Und hier ist noch das, dieses Mal nur das, meine ich ja. Okay, Splash. Äh, ich brauche, äh, Metz. Ich auch. Ja. Karl, dein Stream ist übel unterhaltend. Du kommunizierst doch schon mit dir zuschauen. Ähm. Jungs, viel Loot auf, viel Loot auf, Jungs! Nein. Nee, mach's. Bleib wohnt. Bleib wohnt. Ich kann ja nicht, ich hab' 21. Vier. Danke. Karl, der Grief. Karl, der Grief. Schakelakel. Wollt nicht. Ich hab' ja, so gut wie gar nichts. Ich hab' sechs zum Nachladen. Ich geh' zum Loot auf, wenn da, äh, alles irgendwann, wenn da etwas rauskommt, was Gutes kriege ich das? Wer nicht, dann. Kann ich vielleicht noch irgendwann vernünftiger, äh, ja. Uh. Was war das drin? Patch, Patch. Es tut mir so leid, Jungs. Ich wollt Splashies, Jungs. Ich wollt Splashies. Ja. Jungs, Splashies? Ich muss farm. Scheiße. Ich brauch' nur eins. Danke. Ich farm, ich hab' nämlich gar keine Metz. Null. Fehlen eigentlich. Also nein, eigentlich nicht, aber. Ich hab' nur... Ich hab' einmal deinen Stream geliked. Jetzt like ich jeden Stream von dir. Boom. Und wenn du fame bist, krieg ich zehn Prozent. Nur weil du deine Videos likest. Ja. Die? Da, ich hab' verstanden... Ich hab' verstanden. Naja, kannst du mir noch Snowball geben? Ja. Ich hab' 21. Aaaaaaah! Hilfe! Hilfe! Wo? Hinter mir. Scheiße, scheiße, ganz- Kal! managed to stript. Oh, scheiße. Renn, 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 renn. In Retail, komm! In Retail rein, in Retail rein, rennt! Ab nach Retail, komm, komm, geh in Retail rein, ganz schnell! Ich bin tot! Fast! Mach ich die ganze Zeit? Ich hab nur noch 60 Metz! Ich versteck mich einfach! Oh Gott! Die sind weg, die sind weg, die sind weg, alles gut! Weil die sind sowas von nicht weg, die sind doch da! Oh, das ist mich erschrocken! Okay, ich hab irgendwie noch einen Softpack! Ja, bitte! Hat wer jetzt Rockets? Äh, Rockets? Nein! Oh, das war ich, das war ich! Ich wusste nicht, dass es nur eins ist! Oh, oh, ich hör sie! Hoch, 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 Karl! Komm hoch! Nein, geh! Weg da, weg da, weg da! Ich fight gegen alle! Ich werd von vier Seiten gelasert! Ich finn'schen! Ich, ich, ich geh mit Nade-Launch auch, okay, Karl? Nein! Nicht von der Tür doch weg, Karl, bitte! Ich hab mich ganz heftig versteckt! Ich mach's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Ich hab's nicht! Kein Schild Der zu JA! Wo bist du? Wo bist du? Wir warten wir on Kato Aber Kato hat noch 50 Sekunden, alles gut Jungs Ich hab nicht einen Kill, ich hab nicht Akku beschlossen gemacht Ja Hilfe, ah! Ja, abgelehnt Kann ich mir mal eine Karte holen? Unten irgendwo drin Hinter so einer Tankstelle Ja, ja, ja Juste Damit du einen ganzen Loot kriegst Kall Jemand kann schnell beraten, damit ich mir den Loot holen kann, bitte Kall Ja Jungs, bitte Kall das wird Kall das kommt in einer Minute, bist du dumm oder so? Hä? Justus, geh mal kurz Reviven mit, dann kann ich mir den Loot holen Du bist so dumm, Karl, ehrlich gesagt Was ist so was du's für die? Wir sind komplett die Dead-Zeit-Decker Ja, also fast Äh, Justus, Mund Wäre ehrenvoll Also nur so für Sniper vielleicht auch Alles gut Dankeschön Gegner? Ja Ich muss ganz schnell looten Nein, ich hab gedacht, weil du Gil gesagt hast Ich hab gedacht, dass du Gegner sein willst Das hab ich Gegner gesagt Nice Tim, wir sind komplett die Mads Alles Ich... Geil Äh, hier, hier Ilya Jakke, wehr Tim Wir gehen upgraden, aber das mach ich nicht in Arena Macht keinen Sinn Warum heulich denn jetzt? Bin ich behindert, oder was? Ich- Leute, ich- Ich bin schon, äh, full Äh, Leute, Leute, äh, äh... Oh, äh, ich nimm die Apu mit Ich kann aber Tracer Leute, Leute, ich kann nicht was mitnehmen noch Ich hab auch einen Slot frei Äh, da liegt auch nichts Ich hab schon ne Apu mitgenommen, weil ich ein Hühner war Oh, okay Danke Wait Äh, Leute, äh, lasst ihr sein, man useden Kommt alle mit, alle mitkommen, alle mitkommen Jo Wir haben hide, wir haben hide, wir haben hide, wir haben hide, wir haben Sieilmann useden Ganz schnell Ist da jemand drauf? Nee, ist es free, ist es free Wir sind die Ersten dann Ich schätze dann, bealt' euch, bealt' euch, bevor da welche drauf gehen Wie kann ich drauf, hä? Ehe sind, eh drauf Ach echt? Ja Was tut ihr da gefallen? Wo sind denn alles, lieber 40 Leute Da vorne Ja, ich bin hier gerade Er schießt hier. Weiß ich nicht. Ist mir auch relativ egal. Justus, ich mach das jetzt kaputt, ne? Ja. Spring drüber, spring drüber. Spring! Oh! Karl, du spring! Bitte. Karl, spring! Boah, sind wir heftig. Wir müssen trotzdem zubauen. Da oben! Nein, Karl! Wenn ich einen Head-Schutz-Sniper, dann rast ich aus. Ich hab einen 96er-Head gegeben, Shield-Break, also der hat nicht so viel Leben. Digga, diese Scheiß-Dingern hier, ne? Lass doch hochbau'n bisschen. Oh, ich weiß nicht. Karl, pass auf, du kannst nicht komplett hier sein. Digga, ich hasse dieses. Ich hab mir einen Turm gebaut. 3? 0. Sorry. Alles Gute. Das kenne ich vor dieser Runde schon zweimal mit einem Reboot, wenn du revivest. Ey, Leute, habt ihr noch Rockets? Rockets? Ähm, ne. Digga, ich hab unfassbar Hunger, ne? Und jetzt kommt bei Spotify Werbung, dass über irgendwelche Lieferando oder so eine Scheiße. Dorgapizza, egal was du willst. Auf Lieferando.de. Ja, halt doch die Fresse, ich hab Hunger. Die bleiben da, die fighten da. Einer, Alter, so, Crash-Fadded. Ich hab irgendwie Schiss zum Pieken, aber... Oh, wie close. Da ist irgendwo jemand wirklich sehr close. Die können wir nicht hoch, ne? Nö. Ich hör noch weiter auf das... Oh mein Gott, das ist auf so... Häng mir runter! Nö. 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 schießt aber runter der kann ich sagen hier ist das eine frage jetzt was ist denn kriegte müssen einfach zum kauf viele leute noch leben ich sag dazu 30 jahre weiß ich das ist immer so kann ich kann ich auch sein müssen ja klar ich kann mit dem scheißteil nichts sind wichtig sind wichtig ja auch gegen weil der dann meistens jeder meistens minis mit oder ich kenne mich auch von der tage ist das auf deine wochen ist die war offen ist da die wahl auf dem bett ist die da oben ist hat die die marke ist es dort war die mit holz bauen alle mit holz wollen sie doch ja wir sind auch direkt am ende das heißt wir können nur actions vor uns haben ich habe ein bisschen schiss dass jemand da auf den berg noch mal der den 70 von mir 20 30 meine ich davon ist da in dieser welt hat einer 60 jahre ein bisschen schüsse dass er jemand auf diesen merck drauf geht das ist halt so richtig gefällt ich habe ein tod incident war der alt für der beste der war der war der war der war unter uns mit klärscherz und die luft die rotieren die rotieren 20 ich kann nicht umgehen das meine ich halt jetzt sind die der auf dem berg diesen auf unserer höhe und die können nicht runtergeschossen werden nein nein noch nicht noch nicht hier Daian! Daian, halt los! Daian, halt die Fresse! Kick, kick uns Daian, Leute! Nein, 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 ich mach's! Daian, sei leise! Kick, kick ihn einfach! Pass auf, Carl! Wir müssen die alle auf, wir müssen die übelst, äh, Contestant sprain! Du hast ein Feind auf ein Feind, ne? Ich bin zu spät auf die! Ich bin ziemlich schwer auf die! Oh, eigentlich, was geht das halt? Pass auf, hol da, pass auf, hol da! Ah, es sinkt! 50! Nicht! 20, ich will gucken, ist direkt! Ich glaub, Schüsse hier noch neben mir stehst, ne? 20, Blue! Ja, wir dürfen nicht runtergeschossen werden! Nochmal 20, Blue! Ich mach, ich mach was! Ich steh nicht! Markier! Wo siehst du? Okay! Ich bin zuge auf, Tim! Tim hat mich so ligand! Es tut mir leid! Der ist schweiz! Der ist schweiz! Wir alle werden im Inverteilerer erschießen! Bagger! Der ist halt auch zugekommen! Perfekt! 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 Er ist schweiz! Der ist schweiz! Der ist schweiz! Ja! Hier! Hier! Wir müssen jetzt noch einen Jump-Packen. Lass doch. Ich werde doch mit der Zeile anfangen. Nein, doch nicht. Wann gibt es Race-Band? Oh, die Jump-Packen. Die Jump-Packen. Wo, 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 wo? Ach, hier. Gehyped, Tim. Du bist gehyped. Ja. Ich bin da so high, ne? Das ist so nice. Ich bin auch überall. Ja auch. Ich bin über dir. Schicken wir uns den Kram rauf. Oh, die läsern, die läsern! Steck mich einfach. Abheiz! Ha, heiz. 30! Hab einen! Noch einen! Ich bin ich... Äh, Zimper ist runtergeschossen. Ich weiß. 40! Aufheiz! Oder auf 2. Second Heiz. Ich bin down. Schade. Äh, 6. Sechzig! Opa! Ja. Justus. Justus, willst du mal... Ich spiele vor dem Stimmbruch. Bro. Was willst du? Wer bist du, Junge? Halt den Maul! Willst du... Willst du... Ach, Junge. Aber gute Runde. Haben wir Playstand bekommen? Ja. Ey, sag mal, ob du hören willst, wie ich klinge vor dem Stimmbruch. Nein! Will ich nicht! Sag bitte, ganz kurz, ganz kurz. Nein! Ich kann's dir zeigen. Komm, zeig. Okay, komm mal auf meinen Server. Bei Talk des Jahres rein. Was? Ich... Ich hab da keine Befugnis, du Mist gewollt, weil du mich da nicht reingemacht hast, du Batsche. Hä, was, Digga? Ich bin auf den Server geliftet, da musst du mich nur einladen. Weil die Mist gewollt die ganze Zeit irgendwelche Pornos da reingemacht hat. Hm. Pornos? Ja. Ja, wann denn? Jetzt gerade. Der ist aber wirklich rausgegangen. Kannst du mich heute einladen? Wann denn? Jetzt gerade! Lad mich doch jetzt einfach auf den Server ein! Digga, du bist so unendlich dog shit, Junge. Hab gemacht, du Batsche, Digga. Alter. Zumindest, Digga. Okay, jetzt geh... Ich kann nicht rein. Da steht... Spiel dein Spiel Fortnite. Bett Royale in Lobby 1 von 4. Ist 1,5 von 4. Ich kann nicht rein. Ich kann nicht rein. Schau mal, schau mal. Ich mach Berechtigung. So, kannst du mich jetzt reinmachen? Kannst du jetzt rein? Nee. Weiß nicht. Wieso kannst du da nicht rein? Du bist doch... Rollenmitglieder, Leute. Keine Ahnung. Mach ich mal oberste. Mach ich mal ukraine des Jahres. Okay, mach mal. Mach mal jetzt. Geht nicht. Ja. Okay, chill. Er sagt, wir haben mich jetzt. Schau mal, was er sagt. Wir haben auch nichts langgeschickt, Digga. Obwohl es einfach nur Lieder sind. Okay, chill. Er sagt, wir haben mich jetzt. Okay, chill. Hör mal. Mach mal kreativ so lang. Das ist es. Mach doch so lang kreativ. Solang der Song läuft. Das ist mein Song. Mit Michael und noch so einem anderen. Hörst du's nicht? Und mach lauter. Wie? Chill mal, chill mal. Ich mach für Berichtigung für Leute. Das ist er. Das ist er. Äh, Jusuf, du musst dir einen klagen. Wollt ihr Arena machen, oder? Justus? Ich hab lauter. Idai re pénоров. Ja. Fertig. V сек launch. Wa-ожалsucker. Jusuf, du musst dir ein klagen. Ich bin Lo-D monkeys. Ich bin am Ende. Scheiße. Scheiße. Ey, es war für Dings, für... Das ist Michael. Scheiße. Wie ist das, wie Junge? Wie ist das, wie Junge? Lass es noch das Bild. Scheiße, legal. Wo hab ich Drogen genommen? Er sagt, ich hab ihn umgebracht. Dinger, was du Drogen nimmst. Dinger, was du Drogen nimmst. Das ist schon, wo mich er auf den Boden legt und ein Handy in der Hand hat. Das bin nicht ich. Das ist der andere. Er hat ihm den Rücken gebrochen. Alter, wie cringet er jetzt? Du sagst einfach nichts, du wächst deinen Mund und dann... ...dink, er bricht, er bricht. Justus. Das ist so ein Knie. Hörst du mich? Ich... Was? Scheiße, digga. Das ist meine Stimme. Warte, warte. Ich will dich jetzt so angucken, wie du das aufgenommen hast. Magreti, wie ist das? Wie du dich fühlst, digga? Mit dem Mikro, wie du dich da fühlst, deinen Scheiße. Scheiße, Fähig, ich will dich scheiße. Scheiße, das ist so gefühlt, ich hab ins Zweck geschlossen, Mann. Okay, ich muss wieder bei anderen... Ich... Nein, ich... Ich muss... Ich muss... Mach bitte kurz kreativ, Justus, bitte. Nein, ich muss den Server stumm schalten. Ich geh wieder bei anderen rein, ciao. Leute? Ja. Okay, ich kanns kurz ausweiter zocken. Leute. Nein. Ey, komm mal beim Server rein. Lass kurz kreativ, Justus. Du hast einen Song, der ist so schwul, ne? Oh mein Gott, deinem eigenen Song gemacht, der ist so scheiße. Guck mal, wieso ist der Teil am Anfang, digga? Am Ende, der ist so kacke, ne? Oh mein Gott. Hast du meine Stimme gehört, Justus? Ja, hab ich. Sehr gut. Aber es ist schon mal Respekt, dass du es geschafft hast und gemacht hast, dass du... dass du denkst, dass es gut ist. Und es dann hochgeladen hast, das ist halt schon mal ein bisschen... Finde ich nicht. Karl, gehst du bereit? Ey, die Jungs, dieser Song, oh mein Gott, ich muss euch das schicken. Scheiße. Es ist so komisch, man. Ein Song von Dayan, digga. Ich hab versucht, noch in so einer Turren zu bauen, aber dann wurde ich runtergeschossen, musste... Leute, ich hab euch das geschickt, ihr müsst euch das angucken. Das ist ein Song von Dayan, unserem Kollegen. WhatsApp? Ja. Ihr müsst euch das angucken, Digga, der ist so dog. Aber für Dayan ist es schon Leistung. Ich verstehe es ja nicht, weil es Französisch ist, aber... Wir haben Französisch in der Schule. Ja, scheiße. Jim Appel, Justus, äh... Ja, keine Ahnung, weil es Französisch auch nicht will. Oder so, wahrscheinlich, ne? Das, das ist... Du musst, du musst dir das angucken, die 10, ja... Das ist am, ganz, ganz am Ende, Tim. Das sieht man da in einem Tonstudium, oder im Ton, also da hast du ein Mikrofon. Ah... Das ist ein Problem, und nicht mit einem Freund, ich bin eine Victim, es war mir nicht. Nein, das ist ein Lied, Digga. Er ist ja ein Lied, wer soll sich für die Schule machen. Das ist ein Lied, wenn ich nicht ein Grad gemacht habe. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Ich will eine andere Geschichte. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Aber du musst am Ende die Zeit nicht hören. Das ist ein Lied. Aber es ist schon gut dafür, Digga, es ist schon gut. Ich bin schon gar nicht so schön, ne? Machst du es? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber am Ende siehst du da in einem Mikro, Digga, es ist klar, es kommt los. Was? Du Creeper! 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 Oh Gott, ich bin ein bisschen tief! Du Creeper! Das gibt da? So ein Crashpad. Das ist eine Pistole. Nein, es sind alle hier? Es ist ein Doppelvergänger. Oh, ich hab das Pädeschön gelangt. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich hab's auf Packs. Ey, es tut uns sowas von leid noch. Wirklich. Wo ist das Ding? Ich hab keinen Blumen. Er kommt niemals hoch. Er baut mich runter. Ist mir egal, Junge. Du willst doch Tim helfen. Hä? Ja. Ich loot mich. Ich muss das looten, chill. Ich kann gleich wieder sagen. Ja. Können die Bots mal bitten? Können die Gegner die Bots töten? Du. Drop eins, drop, drop zwei, drop zwei. Drop! Dankeschön. Okay. Dankeschön. I need you. Duh, du, 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 du. I need you, du, du. Come on, Danny, come on, come on, come on. Ich nicht, Carl! Warte, warte. Hier ist die Pomp. Hier ist die Pomp. Ich muss die Pomp holen. 29. Äh, White. Crap, Crap! 30. Crap! 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ich nicht, Junge! Cracked! 1. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 10. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. Was ist das? Ich bin los, es so gut. Denn jetzt. Ich hab's zugebaut. Ich schau jetzt halt, wo die sind. Nee. Nee. Ah, on you? Weißt du das? 60? Obwohl, was ist denn los? Checkt! Ha! Scheiße. Ey, bock. Wie geht's los? Ich hab' mir mit einem anderen drüber zugebracht. Oh, das ist Spinn! Oh mein Gott! Was ist Spinn? Wenn's da... ...he's dreamed about this, his whole life. ...Fabriga, Vila Pex. Oh, fuck! ... ... ... ... gewinn wieder aber kettich verstopft holen abbrotern nee wir sind doch die schwitzer her wir klappen da immer Oder so, wir können auch oben landen. Nein, ich lande oben, ich lande oben, wir landen hier bei Wetter, Wetter, Wetter. Alle Wetterstationen, Wetterstationen. Was ist das? Das hier oben. So. Oh Gott, oh Gott. Er hat die Bomben. Jetzt war es so gut. Ich habe einen Tag, aber ich gebe ihm trotzdem vier Spezialgeschläge. Eigentlich. Du musst direkt zu ihm. Nein, du musst nicht loben, jetzt bitte. Du musst direkt zu ihm. Was soll ich tun? Zu KREG gehen und ihm helfen. Oh, wichtig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Den Karte kurz werde ich doch holen. Der Karte langt. Das ist gut. Das ist gut. Ja, die safe, Digger. Nein. Karte. 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 Da hast du es. Karte. 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 Timbe- Guck. Renn. Fuck. Renn, renn. Genau, geh, 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 geh. Scheiß. Fuck. Scheiß, was hast du jetzt da an, geh? Ey, die meine, was ist, doch, Junge. Guck mal, ich ehrt ne Tech und trotzdem geb ich mir 4 Spülpflüge. Ah, das ist gut, Digger. Null, ich hab' alles gefickt, hä? Ja, ich hab' Ich hab' einen Halben. Ich hab' 80, ich hab' 80 Schaden gemacht. Und dann spitzhaugnett der Tag und zumindest 2 Schots. Doch, ist einfach so doof. Fisch. Tschüt! Jungs? Hm? Ich wüsst mir ne Runde gewinnen. Wenn mir zwei gefallen ist, wüsst mir der eine gewinnen. Ja! Oh Gott. Oh Gott. Oh me! Swap drink! Wieso? Ich der Einzel der immer Youtube wenn er am PC ist über am PC guckt? Ja! Mach du mir das denn auf dem Handy? Nein! Handy ist so viel. Ich hab das schon in der Übung. Wenn ich auf... Wenn ich auf... Bereitmacht gehe. Ja, auf TikTok. Ja, auf TikTok, Junge Karl. Guckst du TikTok? Scheiße, Junge. Ey, warum guckst du der TikTok? Weil TikTok witzig ist. Was? Zeitvertreibung. Oh Gott. Oh, nice. Nice, 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 nice. So many remakes. Okay. Schau. 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 Hey Karl, das ist doch TikTok, Junge. Das ist doch witzig. Was war mit Wilk? Ja, ich weiß nicht. Ich lande unten. Scheiße, Karl. Nein. Ist doch scheißegal, Digga. Es ist doch scheißegal, Digga. Er kriegt dich vor mir. Wer hat einen Tag? Wer hat einen Tag? Wer hat einen Tag? Ja, ich habe einen Pump. Ohne war er. Und... Und da ist noch eine Pump. Ich wusste, dass du bekommen kannst. Nicht abstellt. Ich bin full schnell. Doch nicht. Nee, wenn ich oben gejobbt wäre, wäre ich tot. Dann nehmen wir meine Karte holen. Nee. Ich nehme meine Karte holen. Niemand hat gesagt, wo ich landen soll. Leise, komm. Ohne Gegner. Ohne Gegner. Da gibt es nicht mal eine Kiste. Oh. Sorry. Wo bist du? Doch, kommst du mir nicht mit, Junge. Ich sag, ich gehe nach oben, Karl. Der geht... Karl, du rennst, Karl. Was tust du denn, Karl? 30 Sekunden, ne? Karl, was machst du? Warum? Unsere Karten. Hm. Tim ist Karl schon mal tot. Dann kriegst du 60 Punkte Minus. Und das hätten 60 Punkte. Also Karl. Du musst immer leise sein, okay? Du darfst niemals offensiv gehen. Hinter dir. Nein. Offenhaus Karl. Was tust du? Du kannst... Digga, was war da jetzt nicht safe? Ist doch alles gut? Ja, komm, Digga. Ist einfach Skill, Digga. Ich weiß, was das ist. Was? Ja. Karl, mach mal die Karten. Das war die Karte immer noch nicht. Die ist doch auf dem Haus. 500 IQ. Ich geh eine Karte holen, ohne die Karte mitnehmen. Jetzt rennst du weg. Jetzt. Du schießt nicht, Karl. Wenn du schießt, bist du tot. Renn. Nein. Das Kind ist echt hässlich. Das Kind ist echt schön, Digga. Karl. Nein, du musst jetzt rennen, Karl. Nein. Digga, KW Zock Arena. Ey, Tim war auch Bücher. Misty. Oh. Nein, Karl. Komm nicht. Misty, Karl. Misty. Ja. Karl. Oh Gott. Was ist zu. Das ist ganz schön hässlich, das ist genug ganzes Game gedacht. Und spiel... Keine Ahnung, kann sein. Ach, stimmt, 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 das weiß ich auch noch. Carl, du triffst den Stein nicht mal, dreimal. Ja. Und du triffst den Stein nicht. Und du triffst den Stein... Du triffst einen Stein nicht mehr. Ach, komm, Digga, Carl. Wie soll das denn funktionieren, Carl? Erklär mal. Ach so, hast du zwei PCs? Ja, und wie machst du das dann? Wenn du Fortnite spielst, kannst du die Maus nicht von zweitem Monitor tun. Außer mit einer zweiten Maus. Kein, Carl. Hm? Wow, Carl, du bist tot, let's go. Was hast du jetzt die Runde geschafft? Carl, das ist so dumm, weil du einen Antritt zu gehen hast, als... Was wusstest du da, Carl? Okay. Es ist noch nicht fertig gebaut. Ist man noch nicht. Ist 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 noch nicht. Du bist der Maus gerade. Hä? Hast du gerade? Ach, Schade. Ah... Ja, aber was... Egal. Hä? Hä? In 3 Minuten kommt der nächste Kassie. Hier kommt es. I love me, baby. Alla cascana mano sana mano. Hm? Warum hast du das... Hm? Ah, weil du einen E9 hast und einen 20. Super. Was erklärst du mir da gerade? Hm? W-W-W. D- O-W. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein, Karl. Was denn jetzt? Nein, nicht. Alles gut. Nee. Gar nicht. Ey, Karl. Wohin, wohin, wohin. Okay. 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 Karl, da gibt's eine Kiste. Was erzählst du mir, Digga? Was gibt's da für Dark? Da gibt's eine Kiste, Karl. Eine Waffe für uns beide. Und dann sind wir tot. Okay, okay. 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 Ja, ne, eine Kiste. Okay, Tim wird, Tim wird, Tim wird, wir spielen, als ob wie Karl das sagt. Damit, dann werden wir gewinnen. Ich denke, der Tag. Lul. Ich hab auch übel Cracken Loot. Ah, ich hab so viele Chinnis. Hab vier Chinnis. Ich hab vier Chinnis. Was ist der beste? Was ist der beste, Karl? Ich liebe dich. Ah, der ist. Enemil, Karl, bei dir. Äh, 50, das? ich finde ich gern mal karl 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 Warte, warte, was hat hier? Freund. Ich hab gedacht, wir pushen die da. Ja, ich sag doch, sie haben genau. Die müssen wir hier um dahin gehen. Ja, ich hab doch so gesagt, du hast doch gesagt, da ist doch einer. Ja, den, den wollte ich pushen. Und ein bisschen Gegner. Kurze Leise. Oh. 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 Wollen wir vielleicht mal vor Tier oder so landen? Karl, ich fick da. Ich seh, du bist der größte Bastard, Karl. Ja. Ja. Einfach so, Karl, weil du vollständig existierst. Wir zocken jetzt kreativ und dann zocken wir gleich halb nudge. Karl, das ist was, Karl, was? Was? Ja, Karl, Digga, ich hab 1600. Warum stimmen wir als Creative? Weil gleich der Solo-Hype-Kapp ist, wir schaffen wir keine gute Runde mehr. Spiele ich eh nicht. Doch. Und nämlich vier, Mariana. Trump, Daniel. Doch! Aber das ist's. Du ist'sin, aber kochst' mich renovierend. destziellen, ich ikke, äh. ça aさん ist auf dem sieben Handy und dem nervöschen könnte. Das fuckt doch wieder ab Wie machst du die Map? Magst du diese Map? Magst du die? Hast du nicht gesagt, das ist die Scheiße? Warum der dich checkt, eigentlich nicht Tim, checkst du's? Nein Kf5 trifft kein einziges live von 17 Schussmagazin Nein Tim Timo bist du? Ich bin hier Schieß mal Willst du nicht mal schießen, Tim? Was ist zu lügen, Karl? Ja Tim Verpiss dich Verpiss dich, Junge Ich quitte Nein Witte Tim, es war nicht ernst gemeint Das ist nicht ernst gemeint, was Tim so leise Richtig Richtig Warte Karl Fick ihn bitte Da Wer ist das denn? Sebastian. Sebastian. Oh no. Lass wieder, ich kenne den Bock. Karl? Sebastian meine ich? Ja. Ähm, du bist sehr leise. Was bin ich? Du bist sehr leise. Geht's besser? Nein. Das wird besser. Machst du super, ja. Immer noch, immer noch, immer noch. Sag mal, wenn's lauter wird. Es wird lauter? Ja. Es wird lauter? Ja, es wird lauter. Okay, perfekt. Ich spiele dir auch halb nett, oder? Ja. Ich spiele so bad, ne, Digga? Ja. Ich bin gestern wieder... ...nicht gezockt. Ah, egal, scheiß auf Digga. Du warst gestern bisschen... Wie kann das deine Gewalt sein? Ja, bestimmt. Wie kann das deine Gewalt sein, hm? Du bist tot. Was ist, Karl? Du bist tot. Ich habe Lina Komet und Goldsker. Ja? Ja. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe... Du bist hier draußen, warte mal. Ja, ich sehe... Ja, ich sehe... Äh. Läurem 7 ist ja auch so le FNCS-Finale. Hey Carl, kommst wieder rein? Du warst, kommst du rein? Nein, ihr spielt das als irgendwas, das hab ich dann mitspielt. What the fuck? Was? Warum hast du denn diese Map? Was hat die... What the fuck, Digga? What the fuck? Ja, ist in Public doch auch so. Was ist in Public auch so? Ich würd gerne was anderes spielen, aber... Wenn jemand Bock hat auf BHA oder so. Ah, ich hasse BHA. Oder auf Boxfighting oder so. Warte, Karl ist mal in der Insel beigetreten. Ich hör Karl aber nicht. Sag dir mal, der soll entweder Discord mich anrufen auch noch. Oder Sprachttür kommt. Dann, bei uns. Worüber redet ihr? Discord? Was? Hä? Redet ihr über Discord? Mach ihr doch rein! Gott. Warum muss ich immer alles machen? Ja, super, geil. Quatsch was gemacht. Guck, ist ein Ehrenmatz. Du musst so an keinen Ehrenmatz. Fuck, wer ist alles in dieser Scheißgruppe drin, Digga? Du bist in dieser Scheißgruppe drin, du Scheißkirch. Habe ich auch mal gemacht. Ich habe die ganze Zeit mit dahin und das Bassin geredet dann. Ja. Ich bin bei. Okay. Okay. Also du machst du anscheinend auch das auch so, was nicht, ne? Ich habe Justus ist da so. Ja genau, genau, hier ist es. Genau, hier ist es. Das ist ja schön. Ist das so dumm, Digga? Ist das so dumm, Digga? Ist das so dumm, Digga? Ja, ist doch überall so Dinge. Ja, aber da sind scheiß Waffen auch noch drin. Ja, macht, macht Spaß. Ja, es macht auch Spaß. First shot. First shot. First shot. Ich hab die Karte. Ja, das stimmt. Okay, ich mach nur 2 in 1 am Anfang. Ich hab grad Infinity Knights gekickt. Oh, gejoggt. Lass die andere Griefentemps. Ey, höchst du's, was soll das? Hä, was ist denn, was mach ich denn? Ich komm, ich geh... Oh, f***, ich bin runtergefahren, sorry. Sorry, sorry. Ja, lass mal machen kurz. Sebastian. Alter, der Jan, ich spitz gleich halb nicht. Digga, komm mal bei meinen Server rein. Nein! Nein, bitte nicht. Ich hab' mein Server gleich. Nein, bitte nicht. Oh, f***, bitte Sebastian. Da reden, Werentheit, nein. Auf meinem Server ist ruhiger Michael Sack. Und ich will das nicht. Ich hab' nicht nur noch schon, das ist noch schon drin. Gut. Nein. Nein, ich hab' überviele Sache auf meinem Server eingestellt. Was? Ich hab' Ränge gemacht, ich hab' ähm... Ich hab' ähm... Musik fortgemacht. Ich hab' Trio 0 von 3, das waren nur 3 Leute. Was? Was gibt denn mit dem Laser? Ja, gleich, gleich, gleich. Warte, ich geh kurz bei seinem Server rein. Kommt auch, kommt auch, kommt auch, kommt auch. Ich hab' keine Berechtigung dazu. Ich hab' recht, ich hab' gar keinen Bock, das grad' zu machen. Ich muss halt' die Befallkarten. Alter, Kanz. Äh, was ist denn so? Nicht. Ich hab' recht, ich hab' recht, ich hab' gar keinen Bock, das grad' zu machen. Alter, du Scheiß-Härter. Ich geh' kurz Server. Schève, was ich hilft, was du machen? Wie entdeckt? Weil ich so spiele oder ernst nicht in dir drawn. Wir sind aus dem einig 쳷�. Es gibt nichts fürjenige. Sind. Ihr kennt sich. Das war's. 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 Das war's.